Musik In unserem Goethe-Camp lernen die Kinder auf die natürlichste Art Deutsch. Sie tauchen in eine deutschsprachige Umgebung ein, sprechen mit ihren Betreuern und mit Muttersprachlern auf Deutsch. Sie spielen Spiele auf Deutsch und machen naturwissenschaftliche Experimente. Goethe-Camp hilft, besser zu lernen. Hier wechseln die Kinder ihre Lernumgebung, lernen mit neuen Materialien, kommen mit neuen Lernmethoden und den neuen Personen in Kontakt. Das führt zur höheren Motivation und als Folge zu den besseren Leistungen. Im Unterricht gefällt mir natürlich alles. Lesen, arbeiten, schreiben, auch sprechen und die Projekte machen. Du kannst einfach spielen und du kannst nicht bemerken, dass du Englisch studierst. Wir sprechen im Englisch. Die Kinder sind sehr neugierig, sehr kreativ und erfinderisch. Hier in unserem Camp fördern wir die Bewegung, die Intelligenz und die Kreativität von Kindern. Deswegen bieten wir in unserem Freizeitprogramm zahlreiche Veranstaltungen an, von Sport- und Geländespielen über Rollenspieler bis zur Musikshow. Bei uns hat die Langeweile keine Chance. Mein Lieblingsspiel im Camp ist Spionen. Mein Lieblingsspiel im Camp ist, wenn wir ein Indiener und Indianer waren. Mir persönlich hat die erste Veranstaltung sehr gut gefallen, wo die Kinder ihre Gruppen vorgestellt haben. Da hat man ihren Teamgeist wirklich gefühlt. Vor allem die Talent-Show. Wir alle haben gesehen, wie vielseitig und begabt unsere Kinder sind. Das ist aber sehr, sehr interessant. Leute, kommt mit! Das ist aber sehr, sehr interessant.